Erstes Bild, Entschluss, der Reformation beizutreten. Wir befinden uns im Frühjahr 1513. Die Welt ist im Umbruch. Ein Mann wird die Geschichte Graubündens prägen. Johannes Kommander. Noch nennt er sich Johannes Dorfmann. Seine Studienzeit in Basel ist vorbei und er befindet sich in seiner ersten Pfarrstelle im luzernischen Escholzmatt. Die Rückkehrer aus fremden Kriegsdiensten, die Reisläufer, bereiten ihm Kopfzerbrechen, aber auch die Machenschaften der Kirchenoberen. Mein Kopf ist schwer. Mit den offenen Handflächen bedecke ich meine müden Augen. Heute ist es ein Jahr her, dass ich nach Escholzmatt gekommen bin. Doch das Elend will kein Ende nehmen. Auf Schritt und Tritt verfolgt es mich. In den stumpfen Augen der Heimkehrer. In den zornigen Gesichtern der Mütter. In der Angst der Frauen und Kinder, die ihren Ehemännern und Vätern aus dem Weg gehen. Kalter Winterfeldzug, Pavierzug und im letzten Jahr die Schlacht bei Novara und der klägliche Zug nach Dijon. Nichts als Krieg. Ein Schlachten ohne Ende. Die Herzen der Männer sind kalt und hart geworden. Keiner, der unversehrt den Schlachtfeldern drinnen konnte. Alle sind sie verstümmelt und verkrüppelt. An Leib und Seele. Wie sie prahlen mit ihren Schandtaten. Wie sie ihr Elend im Alkohol zu ertränken suchen. Ihre geilen Augen folgenden jungen Mädchen. Mordgieriges Funkeln in den Augen und unziemliches Schwadronieren mit derben Worten. Widerlich. Helden schimpfen sie sich. Doch Barbaren sind sie. Verroht und vergiftet von Gier und willkürlicher Machtausübung. Lechzend nach Blut und Gewalt. Wie sagt man treuer Freund huldrig so trefflich? Es geht beim Solddienst um nichts anderes als darum, glütztod schlahen. Mein Gott ist das Schwert, hatte der knapp dreißigjährige Urs heute früh lallend gebrummt, als ich die Kirche nach der Morgenmesse verließ. Zusammen mit seinen Kumpanen fläzte er sich unter der großen Linde, in der die Amseln ihr fröhliches Morgenlied sangen. Das zustimmende Grunzen von Ursens Kumpanen ist mir nicht entgangen. Tu nicht Gute allesamt. Erst seit wenigen Wochen wieder zurück aus fremden Kriegsdiensten. Weder fähig noch willens, sich unter das Wort Gottes zu stellen und sich in die Dorfgemeinschaft einzufügen. Schmerzen des Pochen macht sich unter meinem Schädel bemerkbar, als ich aufstehe und mich in meinen Mantel wickle. Die Abendluft wird mir guttun. Zur Beichte wird heute niemand mehr kommen. Vorsichtig ziehe ich die Türe zur Sakristai zu und trete in die Abenddämmerung. Jede Nacht sehe ich sie. Mit halbverwesten Händen greifen sie nach mir. Aus blutgefüllten Kehlen rufen sie rachelnd. Meine Namen und ihre brechenden Augen sehen mich anklagend an. Ich bin verdammt, Herr Pfarrer, verdammt, verflucht, verloren. Fern das Prahlen, vorbei das Lästern und Fluchen, erloschen die brodelnde Aggressivität gegen alles und jeden. Urs gewährte mir mit glasigen Augen einen Blick in seine kriegsversehrte Seele. Bar jeder Hoffnung, klamm vor Angst. Dann seine Behauptung, all diese Gräuel geschehen auf Anordnung der Kirche. Er schwor beim Namen unserer Mutter Gottes, dass dem so sei, bevor er je aufsprang und mit einem unterdrückten Fluch aus dem Beichtstuhl stolperte. Mein Herz weigert sich, seinen Worten zu glauben. Obwohl, diesen Vorwurf höre ich nicht zum ersten Mal. Einen Lügner mag ich Urs nicht nennen. Er glaubt, was er sagt. Er weiß es wohl nicht besser. Trotzdem, die Sache lässt mir keine Ruhe. Habe ich in dieser Sache nicht bereits zweimal unserem ehrwürdigen Kardinal Matthäus Schiener geschrieben? Ich muss dieser Sache nachgehen. Nochmals will ich zur Feder greifen. Diese Vorwürfe müssen widerlegt werden. Nein! Magistrat Diethelm mustert mich mit einem mitleidigen Blick, lehnt sich in seinem Armsessel zurück und verschränkt die Hände ineinander. Das Bild seiner kleinen, fetten Hände, die ruhig auf seinem gewölbten Bauch ruhen, brennt sich in meiner Netzhaut. Jetzt gehabe er sich nicht so, Pfarrer Dorfmann, und setze er sich wieder, grinst Diethelm belustigt. Hier geht es um Politik, um große Politik. Für wen kämpft ein rechtschaffender Mann, wenn nicht für den Heiligen Vater? Stolz sollte er sein, Dorfmann, stolz, dass unser ehrenwerter Kardinal Matthäus Schiener den Heiligen Vater zu diesem Soldbündnis mit den Eiggenossen bewegen konnte. Welche Ehre wurde unseren tapferen Mannen bereits zuteil! Die Julius-Banner schießt es mir durch den Kopf, während ich mit zitternden Händen die Armlehne des Stuhls umfasse, bevor ich mich wieder setze. 42 Banner, gefertigt aus der Mastseide, welch bittere Ehre! Dazu der Titel Ecclesiastice Libertatis Defensores. Zwei große Spruchbänder, sowie ein gesegnetes Schwert und Hut, alles aus der Hand seiner Heiligkeit Papst Julius II., überreicht von Kardinal Matthäus Schiener, als Dank für Mord und Totschlag, im Auftrag des Heiligen Vaters. Mailand ist unter unserem Protektorat, zahlt jährlich 40.000 Dukaten. Alle Alpenpässe zwischen Stilfserjoch und großem St. Bernhard sind im Besitz der Eiggenossenschaft. Erzherzog Maximilian von Österreich und der englische König Heinrich VIII. stehen ebenfalls auf der Seite des Heiligen Vaters. Die Franzosen werden überall weichen müssen. Welcher Ruhm ist den wehrhaften Söhnen der Eiggenossen gewiss, wenn sie auf der richtigen Seite stehen, auf der Seite des Heiligen Vaters, auf der Seite Gottes? Mühsam beherrsche ich meine Stimme. Viele dieser wehrhaften Söhne kommen nicht zurück. Wer zurückkommt, ist verkrüppelt an Leib und Seele, ein Schrecken für die Familie, bar jeder Tugend. Wie kann die Kirche solches Tun fördern? Diethelm lacht polternd und hieft sich aus seinem Sessel hoch. Er ist naiv, Dorfmann. Verzeihe er mir die offenen Worte. Hier geht es um heerere Ziele, als eine Familie zu gründen oder den Hof zu bestellen. Hier geht es um Politik, um Weltgeschichte. Aber das versteht er nicht. Diethelm wendet sich dem Fenster zu und verschränkt die Hände hinter dem Rücken. Unsere Unterredung ist beendet. Wir befinden uns im Jahr 1513. Johannes Dorfmann befindet sich in seiner ersten Pfarrstelle im luzernischen Escholzmatt. Mit Zorn und Hilflosigkeit hat er erkannt, dass die von ihm bekämpfte Reisläuferei von Papst Julius II. höchstpersönlich gefördert wird. Seine weiteren Schritte führen ihn zurück in die Heimat. Nach Chur. Nach Chur. Nach Chur. Nach Chur. Nach Chur.